Wie viel beträgt die Seitenlänge des Quadrates ABCD? Wir suchen also den Zahlenwert von dieser Zahl x. Dazu nehmen wir einige Konstruktionen vor. Zuerst konstruieren wir die Strecke von d aus senkrecht zu dieser Strecke mit Länge 8. Dann konstruieren wir die Strecke von b aus senkrecht zu dieser Strecke mit Länge 9. Und dann vervollständigen wir diese Zeichnung noch durch diese rote Strecke Verlängerung von dieser und durch diese rote Strecke Verlängerung von dieser. So erhalten wir im Innern dieser Zeichnung zwei Rechtecke und drumherum vier Dreiecke. Und diese vier grünen Dreiecke sind kongruent. Warum? Zuerst einmal sind diese vier spitze Magenta-Winkel gleich groß. Das kann man schnell sehen, indem man zum Beispiel dieses Dreieck parallel zu sich selbst verschiebt dahin. So erkennen wir deutlich, dass diese zwei Magenta-Winkel innere Wechselwinkel sind. Also haben sie dieselbe Öffnung. Diese vier Winkel, das sind durch diese Angaben und durch die Konstruktionen dieser vier roten Strecken vier rechte Winkel. Also sind diese vier Dreiecke rechtwinklige Dreiecke, in dem ein Spitzenwinkel jeweils derselbe ist. Dann müssen die anderen Spitzenwinkel ebenfalls jeweils dieselbe Öffnung haben, weil die Summe von einem Magenta- und einem blauen Winkel ergibt ja 90 Grad. Somit wissen wir also, dass diese vier Dreiecke ähnlich sind. Aber da die Hypotenusen gleich lang sind, das ist gerade die Seitenlänge, die wir suchen, von diesem Quadrat, sind diese vier Dreiecke kongruent. Wir nennen jetzt die Länge von dieser Strecke U und die Länge von dieser Strecke nennen wir V. Die erste Strecke ist in braun eingezeichnet, das ist die Strecke mit Länge U und die zweite Strecke ist in violett eingezeichnet, das ist die Strecke mit Länge V. Wir können schnell erkennen, dass U plus V dasselbe sein muss wie 7. Warum? Weil U plus V, das ist die große Kathetenlänge minus die kleine Kathetenlänge. Die 7, das ist aber auch die große Kathetenlänge minus die kleine Kathetenlänge. Daher wissen wir also, dass U plus V dasselbe ist wie 7 und somit wissen wir auch, dass dieses innere Rechteck ein Quadrat ist. U plus V ist also 7 und somit muss V 7 minus U sein. Zusätzlich wissen wir, dass 9 plus U, das ist die große Kathetenlänge, 9 plus U, dasselbe ist wie 8 plus V, denn das ist auch die große Kathetenlänge. Also diese große Kathetenlänge, das ist 9 plus U und diese große Kathetenlänge, das ist 8 plus V. Daher wissen wir, dass 9 plus U dasselbe sein muss wie 8 plus V. Aber da V 7 minus U ist, können wir hier V ersetzen durch 7 minus U. Somit erhalten wir diese Gleichung mit unbekannter U. Jetzt setzen wir minus U links rüber, diese 9 rechts rüber und erhalten so, dass 2 mal U 6 sein muss, demzufolge muss U 3 sein. Und da V 7 minus U ist, muss V 7 minus die gefundene 3 sein, das heißt 4. Diese Strecke hat also als Länge 3 und diese Strecke hat als Länge 4. Demzufolge misst die große Kathetenlänge von solch einem rechtwinkligen Dreieck 9 plus U, das heißt 9 plus 3, also 12. Die große Kathetenlänge von solch einem rechtwinkligen Dreieck ist 12. Jetzt die kleine Kathetenlänge, das können wir auch hier erkennen. Die kleine Kathetenlänge, das ist 9 minus V. 9 minus 4 macht also 5. Was also bedeutet, die Hypotenuse, das ist X. Die große Kathete, das ist 12. Und die kleine Kathete, das ist 5. Also stellen wir uns dieses rechtwinklige Dreieck jetzt so vor. Hypotenuse X, die beiden Katheten 12 und 5. Durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck erkennen wir sofort, dass X² 12² plus 5² ist. Also ist X² 144 plus 25, das heißt 169. Und somit muss X 13 sein. Also ist die Seitenlänge des Quadrats, die wir suchen, 13. Demzufolge ist A die richtige Antwort. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten. Und das ist die Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.